Genau, ja, du vollidiot. Hast du wunderschön gemacht. Bin begeistert. Oh Gott. Es sind zwölf Kilometer, die wir fahren müssen, Leute. 20% davon haben wir. Und zack. Okay, fahren wir doch da lang. Langsam, 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 langsam. Langsam. Und langsam. Und jetzt Vollgas. Weil da nämlich, glaube ich, nur einer ist. Oh, da war noch ein zweiter, den wir aber gekonnt übersprungen haben. Und irgendwie sehen wir leicht demoliert aus. Naja. Und wir haben fast die Hälfte des Rennens geschafft. Und jetzt haben wir die Hälfte des Rennengeschehens geschafft. Au. Ich glaube, während ich das gesagt habe, haben wir schon über die Hälfte gehabt. Okay, Standbild war ganz kurz gehabt. Hoffentlich sieht man das nicht im Video. So. Und zack. Oh Mann, Leute. Ich will dieses Rennen einfach nur noch schnell hinter mich bringen. Habe ich keine Lust, da noch einen Fehler zu machen. Also will ich diesen kleinen Großkotz-Razer. Stufe 1. Ja, ich bin im Sprint-Rennen. Ich muss es eilig haben. Und da haben wir unsere großen Bullen. Ja. Mein Gott. Yes, 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 yo. Ich bin weg, yo. Und da wird 10.000 Bullen am Arsch. Das ist so scheiße, ey. Egal. So, die zwei Kurven noch. Dies hier ist die letzte richtige Kurve. Und jetzt gehen wir noch und sind gleich im Ziel. Nach dieser Kurve müsste eigentlich das Ziel kommen. Jo, da ist es. Jetzt ist, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es nicht auf dem Bild drauf. Ich glaube, ich muss hier ein paar Freunde loswerden. Und bremmen Sie ihn aus. Stand by. Der richtige Fahrzeug identifiziert. Boah, hui. C-42, C-42, ich versuche ihn zu stellen. Aha. Klassnahme negativ. Verfolgen ihn weiter. Oh, das tat weh. Ja, ein paar Leute sind kaputt, würde ich mal sagen. Nein, 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 nein. Gut. Die Straßensperre sind wohl halbwegs gut ausgewichen. Solo 8, der bitte schnellstmöglich Lagebericht. Äh, ich wollte schon immer mal diese Achturzung gefahren. Versuchen bei ihm zu bleiben. Du machst eine Menge Verbierende. Bein mit. Okay, ich nagel den Typen fest. Alle Einheiten zurück. Sofort. Nein, ich will nicht. Wir blockieren jeden Zugriff für sich. Können wir jemanden ablenken? Kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Und weg wird euch. Wir brechen die Verfolgung ab. Was? Alle überlebt. Der Verruf hat riesig verschwärts. Nee, doch nicht. Zwei Stück habe ich. Recht. Ich schlage vor, wir ziehen uns zurück. Was zur Hölle? An alle Wagen der Verfolgung. Versucht uns abzudrängen. Zulu 12. Bin am Einsatz aus. Ey, komm da SUVs im Gegengang oder was. Also, noch fieser. Aber das hat mir jetzt ordentlich Kopfgeld gebracht. Oh Gott. So. Hilft durch die Straßensperre geraten. Verfolgeeinheiten auf eurem Bildschirm. Wenn wir sehen, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu zweifeln. Aha. Der Verdächtige ist den Nagelbändern ausgewichen. Als ob er gewusst hätte, dass sie da liegen. Da war ein Nagelbänder? Alle Wagen der Verfolgung. Achtung. 1067 auf der linken A-Spur. Der Fahrer ist nicht über die Nagelbänder gefahren. Und tschüss, Jungs. Das Lichtkontakt verloren. Ich fahr da hin, wo ich ihn zuletzt gesehen hab. Hab das Fahrzeug verloren. Kann doch nicht weit sein. Sperr das Gebiet ab. Und. Einheiten auf dem Weg zur Q3 Verfolgung. Der verächtige Wagen der Verfolgung ist gemeldet. In westlicher Richtung. Alles klar, Leute. Ein Rennen noch. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin kurz 6. Zielverschätzung eventuell anpassen. 10 Millionen Kopfgeld brauchten wir. Wir haben mittlerweile 15,5 Millionen. Was passiert, wenn man gesucht wird, ne? Naja. Ja, dann zeigt mir das Sprint ran her, was mich noch vom Razor trennt. Das ist schon mal ein schöner Start hingelegt. Oh Gott. Wow, wow. Zapp. Wunderschön. Alle haben Fehler. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sie haben alle Fehler gemacht. Dann habe ich einen leichten Vorsprung. Frau Robertson, 600 Meter. Oh. Das wäre ich da fast gerade vorgefahren. Ja, und wir haben schon 23% abgeschlossen von diesem kleinen Rennen. Und das ist das Rennen, was uns vor dem großen Razor trennt. Der Carrera GT ist ein Monster. Das ist so geil. Es macht so verdammt viel Spaß mit diesem Auto zu fahren. Besonders noch mit diesem Junkman, Junk, ja, Junkman, weißt du nicht genau, Teilen, die mir empfohlen wurden. Episch. Wahrscheinlich hätte ich diese Junkman-Teile auch einfach so einbauen können und hätte direkt den Speed gehabt, ohne dass ich da, ich glaube, 300.000 für bezahle. Aber das müsst ihr mir mal beantworten. Jetzt konzentrieren wir uns erst mal auf das Rennen. Das Fummel. War das gerade ein Hydrant, den der vorne dran kleben hatte? Okay. Kein Kommentar. Bin mal gespannt, was Razor so für Rennen gegen einen aufbieten will. Oh, nope. Oh. Und zack. Aua. Aua. Ja. Kurz vorm Schluss müssen wir noch nie noch mal Fehler machen. Was uns den Sieg aber hoffentlich nicht kosten wird. Nein, das wird doch ganz sicher nicht. Weil... B jetzt mit 300 und... Nein! 334 was hier liegen. Okay. Okay. Okay, es ist soweit. Alle wollen dich gegen Razor fahren sehen. Keiner kann den Hype noch stoppen. Das Rennen steht. Noch nie ist so viel Geld auf ein Rennen gesetzt worden. Ich bin der Favorit. Wir sind aus Bayview haben gewettet. Uh. Und du bist der Favorit. Also hol den Winkel. Also hol den Winkel. Wuh. Jetzt wird... Oh. Jetzt wird gel... Jetzt wird gerotzt, Leute. Es geht los. Also schlepp dich mit deiner armseligen Kiste an die Stelle auf der Karte. Ich warte. Alles klar. Und wisst ihr was, Leute? Das ist besonders schön bei meinem Geschmack. Fahren wir das Rennen jetzt. Äh. Events. Herausforderung. Okay. Nein, wir wehren uns doch hin. Das ist mir ein bisschen zu weit. Nummer 2. 1, 2, 3, 4, 5 Rennen. 2 Sprints. 1 Drag. 1 Radarfalle. Und 1 Rundkurs. Schön, so seh ich dich mal wieder. Jetzt war bloß so wie sonst und das Ende gehört dir. Na guck mal, wer da kommt. Ich bin froh, dass ich dich sehe, Zuckerpuppe. Mein Glücksbringer. Mach ihm Feuer unterm Hintern und hol die Karre zurück. Ich sorg dann schon für den Rest. Was für den Rest? Für mein Geldhauer. Willst du Racer noch eine Karre spendieren, Baby? Jetzt geht's ab. Okay. Alles klar. Ja, Leute. Ich würde sagen, auf los geht's los, ne? Obwohl der erst mal einen kleinen Auftritt hinlegen muss.